Also, Lese, Verstehen, Teil 1. Das sieht in der Prüfung immer so aus. So eine Seite und so eine Seite. In der Prüfung sieht das dann so ähnlich aus. Sie sehen beide Seiten gleichzeitig und so wie ich das jetzt zeige, ist es leider ein bisschen schwerer. Eigentlich haben Sie die erste Seite und die zweite Seite immer zur gleichen Zeit da. So, ich lese mal die Aufgabe vor. Lesen Sie die Überschriften A bis J und die Texte 1 bis 5. Finden Sie für jeden Text die passende Überschrift. Sie können jede Überschrift nur einmal benutzen. Wir haben also Überschriften und Texte. Wenn Sie sich die Seite mit den Texten ansehen, dann sehen Sie, oben bei jedem Text ist ein Strich. Da könnte man noch was hinschreiben. Ja, und Sie kennen das ja über jedem Text. Steht normalerweise etwas in großen Buchstaben. Das sind diese Sachen. Überschriften. A bis J, das sind also 10 Überschriften für die 5 Texte. Sie haben vorhin schon gesehen, Teil 1 heißt Global Verstehen. Was ist das? Global Verstehen. Global Verstehen heißt, man soll den ganzen Text verstehen. Was Sie hier sehen, ist ein Globus. Also die ganze Welt, die ganze Erde. Und so sollen Sie den ganzen Text verstehen. Sie brauchen nicht alle kleinen Teile im Text zu verstehen. Sie müssen das Thema verstehen. Was macht der Text? Von was spricht der Text? Okay, wir probieren das jetzt mal an dem Text Nummer 1. Wichtig bei allen Leseaufgaben ist, Sie müssen nicht jedes Wort verstehen. Hier ist es genug, wenn Sie erkennen, was das Thema ist. Ich lese mal durch und markiere dabei. Also wenn Sie lesen, sollten Sie mit dem Bleistift lesen. Bei dieser Aufgabe sollte man die kurzen Texte zuerst lesen und nicht die Überschriften. Also, wer ist der typische Computerfan? Das BAT Freizeitforschungsinstitut Hamburg ermittelte einige Eigenschaften. Er ist männlich, jung und hat einen höheren Schulabschluss. Bei der Beschäftigung am heimischen Computer, das ist vielleicht noch interessant, heimischen, stehen Textverarbeitung und Spiele ganz oben. Es folgen private Buchhaltung, Grafikprogramme und Tabellenkalkulation. Okay, wir haben also beim schnellen Lesen verstanden. Die Frage ist, was ist der typische Computerfan? Was ist ein normaler Computerfan? Und er ist männlich, jung und hat einen höheren Schulabschluss. Das muss man nicht genau verstehen, aber ungefähr. Also Schulabschluss ist gut. Und vielleicht ist noch interessant, es ist Computer zu Hause. Heimisch heißt zu Hause. Vielleicht kennen Sie das Wort nicht, aber vielleicht ist es auch nicht wichtig. Textverarbeitung und Spiele. Jetzt schauen wir uns mal die Überschriften an. Okay, immer mehr deutsche Familien reisen mit der Bahn. Das kann es eigentlich nicht sein. Hat nichts mit Computer zu tun. B. Buchtipp. Hilfe bei Schlafproblemen. Nein. C. Ah, der Computer. Liebstes Hobby von Deutschlands Frauen. Nein, das passt überhaupt nicht, denn im Text geht es nur um Männer. D. Neu bei der Bahn. Spezielle Informationen? Nee, Bahnradfahrer. Radfahrer, nein. Das ist uninteressant. E. Neu am Markt. Billige Schlaftabletten. Passt überhaupt nicht. F. Familienreisen billiger. Nein, nichts mit Computer. G. Urlaub mit dem Fahrrad. Nein, uninteressant. H. Kultur im Urlaub. Nein, das geht sicher nicht über Computer. I. Umfrage. Wer verwendet den Computer am häufigsten? Aha. Nicht durchstreichen. Das ist wahrscheinlich unsere Antwort. Und J. Deutschland. Immer mehr Touristen reisen. Nein. Passt überhaupt nicht. Die richtige Antwort ist ganz klar. I. Die Umfrage. Wer verwendet den Computer am häufigsten? Okay. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Text angucken. Der. Gleich der erste Satz war. Wer ist der typische Computer-Fan? Überschrift. Wer verwendet den Computer am häufigsten? Eigentlich wissen wir die Antwort schon nach dem ersten Satz. Fast. Es geht noch weiter. Männlich. Jung. Wir wissen männlich. Deswegen passt C nicht. Deutschlands Frauen. Wir gucken mal, wie weit wir bei Text 2 kommen, wenn wir wirklich nur den Anfang lesen. Also. Der Text beginnt. Bahn und Bike. Heißt ein 222-seitiger Prospekt. Beginnt der Text. Und Pause. Ich denke eigentlich weiß, kann man schon hier wissen, worum es in dem Text geht. Man hat die Worte Bahn und Bike. Nun muss man natürlich wissen, dass Bike auf Englisch Fahrrad heißt. Wenn man das nicht weiß, muss man weiterlesen. Und es hilft, wenn man Prospekt versteht. Prospekt hat immer mit Informationen zu tun. Es kann natürlich sein, dass Sie das Wort Prospekt nicht kennen. Dann müssen Sie weiterlesen. Also ein Prospekt, den die Deutsche Bahn AG in Zusammenarbeit mit der Deutschen Zentrale für Tourismus herausgebracht hat. Und der wichtige Informationen. Informationen. Für jene bereitstellt, die ihren Radurlaub mit Bahnfahren verbringen wollen. Sie haben also weiter unten im Text nochmal das Wort Informationen und auch Rat. Sie müssen dann natürlich verstehen, dass Rad Fahrrad bedeutet. Aber naja, das kann man bei B1 vielleicht auch schon. Okay, dann gucken wir uns mal die Überschriften an. A. Immer mehr deutsche Familien reisen mit der Bahn. Da ist aber nichts mit Fahrrad. B. Buchtipp, Schlafprobleme. Nein. C. Computer, nein. D. Neu bei der Bahn. Spezielle Informationen und Angebote für Radfahrer. Das sieht gut aus E. Neu am Markt, billige Schlaftabletten, nein F. Familienreisen billiger Okay, wir haben Reisen, aber keine Bahn und kein Fahrrad G. Urlaub mit dem Fahrrad, in Deutschland immer beliebter Okay, Fahrrad haben wir, warten wir mal nochmal H. Kultur im Urlaub, Interessen unterschiedlich, aber keine Bahn, kein Fahrrad, nein I. Umfrage, das haben wir schon, Computer und außerdem haben wir die schon verwendet J. Deutschland, immer mehr Touristen reisen in den Westen Nein, nichts mit Bahn, nichts mit Fahrrad Also, wir haben D oder G Aber bei G fehlt auch wieder die Bahn Da ist Fahrrad und es ist keine Bahn dabei Außerdem Urlaub immer beliebter Das ist auch eine Umfrage wieder Und der Text berichtet ja von einer Von einer Informationssache Einem Informationsprospekt Also Passt G auch nicht und die richtige Antwort ist D Also denken Sie dran Global verstehen heißt den ganzen Text verstehen Lesen Sie also ziemlich schnell Denken Sie nicht zu viel nach Und geben Sie vor allem Acht auf die Anfänge von den Texten So den Überblick Und Leseverstehen Teil 1 finden Sie in Dokumenten im Chat Versuchen Sie mal Leseverstehen Teil 1 Die Fragen 3 bis 5 selber zu lösen Morgen gibt es Teil 2 Und ich möchte Ihnen auch die ganze Prüfung in Papierform schicken Ich hoffe, ich kann heute bei SBB in die Schule rein Und dann kann ich das kopieren und Ihnen zuschicken Da sage ich noch Bescheid Okay, erstmal soweit heute die Aufgabe Viel Erfolg und viel Spaß beim Lösen und bis bald Vielen Dank